Die Warnung ist berechtigt. Die folgende Szene ist wirklich nichts für schwache Nerven. Demba Ba, in der Bundesliga für einige Zeit bei Hoffenheim unterwegs, hat sich im Shanghai-Derby das linke Bein gebrochen. Der Senegalese wurde sofort ärztlich versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Der Sieg seines Teams Shanghai Shenhua rückte logischerweise komplett in den Hintergrund. Wir können ihm nur eine baldige Genesung wünschen und hoffen, dass der 31-Jährige noch einmal auf den Fußballplatz zurückkehren kann.